Hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal wieder. Äh, okay, ähm, ja, dann, äh, warte, ich werde immer die ganze Bluffe austauschen. Die 94er, hier haben wir, äh, weg damit, das nehme ich. Ach so, durch Sohn kann ich natürlich auch noch. Ich finde, dass ich den mitnehme. Aber 94, kann das, das kann man locker, alter. Ich muss jetzt mal ein bisschen aufbauen. 91. Da ist ein 80er. 88, oh, 98 ist schon, schon, schon der ist schwach. Aber wir haben eine 81er. Ah, wir haben ihn behalten. Nee, 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 den Trashorn ist nicht weg. 65er, komm, die Bäume. So. Gut, äh, wir haben es geschafft, äh, das hätten wir. Ja, jetzt machen wir einen Tunnel, Tunnelblick. Wir können auch erst diese Mission machen. Machen die ja. Oh, warte, 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 warte. So, äh, ja. So, äh, ja. So, äh, ja. Ist ja nicht gleich Schluss auf der einen Seite. Ah, ne, den kann man, äh, wir gehen. Müssen wir hier rein, ja. Hallo? Also, das ist ein wirklich schöner Treffpunkt hier. Nassim, kannst du mich hören? Hallo? Was ist denn? Du kennst mich noch? Jedenfalls kenne ich dich. Du warst in Raiis' Lager, als ich die Hand verlor. Du bist einer von Breckens, Leute. Wärst du jemand anderes, würde ich dich töten. Glück gehabt. Genau. Was Raiis angeht, mit diesem Ehren rechne ich schon noch ab. Aber erst musst du mir helfen, meinen Bruder Nassim zu finden. Er hatte mir bei der Flucht geholfen. Er wollte im Supermarkt Vorräte holen, kam aber nicht zurück. Ich bezahle dich dafür, ihn zu finden. Womit willst du mich denn bezahlen? Machst du Witze? Mein Bruder und ich haben für Raiis gearbeitet. Und das heißt, wir haben jede Menge Kram eingesackt. Wir suchen Kram. Wir finden Kram. Wir nehmen Kram. Am Ende hatten wir ziemlich viel Kram. Einen Teil haben wir bei Raiis abgeliefert. Den Rest behalten. Für den Fall, dass die Sache richtig brenzlig wird. Kein Diebstahl. Sondern eine Absicherung für die Zukunft. Schlau gedacht, oder? Bis ihr erwischt wurdet. Wir haben noch jede Menge, Waffen, Medizin, Geld, überall in der Stadt versteckt. Aber jetzt suchen uns Raiis Leute und ich sollte mich da draußen nicht blicken lassen. Also, haben wir einen Deal? Ich denke drüber nach. Es wird sich für dich lohnen. Versprochen. Ja, ich würde ganz gerne aber mal erstmal hier Tunnelblick machen. Danke. Okay, weiß ich Bescheid. Aber wenn wir jetzt jetzt mal dahin rennen und Tunnelblick hier mal wie zu Ende führen, weil es sind so offene Quests. Ich weiß nicht, ich mag das überhaupt nicht. Bin ich zum Typ, der so ganz genau offene Quests hat, weil ich ganz kenne die Bedrohung der Formen. Heizt die Maul. Ja, hohoho, das war aber, das war aber, das war aber, das war aber guter Treck. Hör aber, das war aber. Hier einmal, das war eine Schuhgröße. Also, jetzt, wo ich länger spiele, jetzt geht's mir besser. Also, eine Leute zocken hilft gegen Erkältung. Und was anderes sagt, ist ein, hey, ne? Du bist so pegelverlägst. Penner. Oh Gott, ne. Nein, nein. Nein, einfach nur nein. Nein. Danke, Kumpel. Du hast nur das Leben gehettet. Hm? Gar nichts, ja. Tschüss, du bist verpissig. Uns haben gleich vollgekotzt. So, ähm. Sack. Was? Okay, ich hab's nicht geschafft. Na, dann kannst du. So. Klar, wir wissen ja, wenn wir mittlerweile auch sehr viel Zombie-Arten freigeschaltet. Also, er hat Fälligkeitspunkte, seit wann? Wenn man da wie Fälligkeitspunkte kann, sagt, warum sagt es mir keiner? Ah, ne Kraftstoffe. Achso, bin ich, finde ich, irgendwann mal aufgestiegen. Aber ich kann mitbekommen. Ah, okay. Geil. Äh, äh, äh. Ein Kämpferanschlag auf den Boden bringt die Erfahne zu fallen. Äh, müh. Ah, vorher hat ne Einhand-Waffe. Ich möchte das ja... Geil. 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 das bringt ihre freie zu fallen drücken sie zum auswählen während der luft sind ok meine stufe dauert noch ein bisschen okay es wird eigentlich keine frage aber gott christlich woher kommt ihr beiden denn als sie konnte wenn das kontern okay er verpiss mich okay hau ab so eine man sie зар du 3 Lütle lüt Total Ah, das ist immer ein bisschen... Oh, der nimmt nicht mehr, das ist ganz klar, ne? Meine Hake, Hake, Hake will nicht... Oh, keine Schrotflinte. Habe ich Schrot-Munition, aber keine Schrotflinte, ganz geil. Ja, ganz toll. Erledigen Sie die Schläger, ah, geil. Das geht bei Menschen? Interessant. Okay, das geht... Oh, was? Okay, wie viel das denn? Ah... Oh, da ist auch noch einer. Ah! Ne, von hinten. Na, klasse, na, meh! Das haben wir nicht gewendet. Ich besteh mir, wann es vorbei ist. Ja, okay, und da... Wann ist es denn vorbei? Sag mal. Oh, na, ich weiß... Ist der Typ schon tot, oder was? Ich weiß es nicht. Ist es schon vorbei? Ich weiß es nicht, ich frage ja nur noch. Zack. Okay, das ist tot. Fehlen noch 1, 2, 3, 4. Ich will ja immer noch viel liegen das machen, boah. Ganz gerne, ne, den Baseballschläger ausrüsten. So, äh, tschüss. Ich will ja nicht immer Menschen im Game geben. Oh, Gott. Ne. Ah! Bewego. Ich hab schon ne Pistolen, aber die Welt bestimmt gegen euch. Ah, ne, ich nehm' ich ja nicht. Nicht der Stimme, wann es vorbei ist. Wollen wir mal... Ah, eine Handwaffen, ne? Ah, ich glaube... Scheiße. Könnte sein, dass ich eben einen ganz kleinen Fehler beim Skillen gemacht habe. Das ist halt verstanden. Aber eine Waffe, nur noch Waffen, die man in einer Hand hält. Und nicht Waffen, die... Oh, ja klar. Ich hab eben vor dem Fehler beim Skillen gemacht. Da muss ich nochmal gucken. Jetzt ist nämlich... Nee, danke gekommen! Ich hab den Fehler gemacht, aber mit Skillen. Weil ich es nicht richtig gelesen hatte und nicht richtig verstanden hatte. Auf die Stelle. So, lass mal stecken. Ich hack dir voll ja mal den Kopf ein. Und dir auch. Kann ich auch hinlegen, kann ich den Kopf zertreten. Meine, was für einen festen Tritt hat da eigentlich, dass ein Mensch den Kopf zertreten kann. Und er hat einen festen Schlag. So, er hat mal was man ihn auch lassen. Er hat einen extrem festen Schlag, der Typ. Okay, der Typ noch nie. 106 war, oder? Ne, ja. Ja, die Spitze kann man weg. Nein, die Spitze ist auch nicht weg. Ja, genau, die Charakeven, ich komm, Mensch. Und dann verlieren wir die hier mit. 124 da geht bestimmt auch habe ich bestimmt immer schlechteres für 192 ich will weg damit die machete wenn die schlecht 123 dafür habe ich doch bestimmt irgendwo das spiel ist damit ergeben es so macht man es alles alles geklaut alles neben der waffe hier sollen 91 weg damit 107 da wurde die er ist ein bürger mit behalten aufwendig hätte wie schaden weil ich weiß ich will aber halten muss sein Aron Hacker Ballack aber nicht schlecht nicht ganz so aber vielleicht gibt es ja ich habe ein Zeug die hatten mich tatsächlich abfackeln wer waren diese Kerle Konkurrenz es gibt den Haaren kein Nitrophenol mehr also dachten sie sie könnten das von mir bekommen er ist eine kleine Aufwandsentschädigung das ist also die letzte Runde es war angenehm mit dir Geschäfte zu machen kleiner Tipp am Rande sobald der Deal mit Reis durch ist solltest du von hier verschwinden alles in trockenen Tüchern da bin ich mir nicht so sicher